Guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen in Pizzeria Ladone. Was kann ich für Sie tun? Ich habe gehört, die Pizza 62, die wäre die beste hier in Reilingen Umgebung. Was ist das für eine Pizza? Das ist eine mit Garnelen, frische Tomaten und Grimfisch und frische Rucla drauf. Das wird auch sehr beliebt von der Reilingen und es wird immer gut gegessen. Oh ja, die hätte ich gern einmal zum mitnehmen und die gibt es auch als Heimservice. Haben Sie auch? Das haben wir auch Heimservice. Das bringen wir auch abends zu 17.30 Uhr und bis 22 Uhr. Oh ja, also jetzt einmal zum mitnehmen und morgen bestelle ich telefonisch. Vielen Dank. Machen wir gerne sofort. Sehen wir uns sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Das ist noch nicht fertig. Jetzt ist schön fertig zu sein, denke ich mal. Mal schauen. Ah ja, siehst du da? Schön fertig. Die sieht lecker aus. Mama mia. Jetzt sind wir schon fertig. Lecker. Das erste ist fertig. Dankeschön. Bitte sehr. So, bitte sehr. Guten Appetit. Hallo, ihr Pizzeria La Toni. Liebe Grüße von Reilingen. Unsere Telefonnummer 06205 28 37 80. Und wir versuchen unsere beste Pizza zu machen, so wie ich immer gemacht habe. Und bitte rufen uns an und probieren Sie unsere Kürzlichkeit. Dankeschön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja. Untertitelung. BR 2018